Das ist ja auch schon sehr fischeehaft, dass man nur Moin sagen darf. Ja. Also, ich gehe ja bald für ein Jahr als Dozent in die USA. Und da wollte ich jetzt einfach mal klären, was wir während der Zeit mit meinem WG-Zimmer machen. Ich wäre ja dafür, dass wir es an Geflüchtete geben. Ja. Oder wir machen so einen Wohlfühlraum draus mit Duftkerzen und so. Hm. Ja. Oder ein Fotostudio. Also für mich. Wie wäre es mit einem Kino? Mit Leinwand und Pima? Das wäre doch mega. Ja. Oder wir geben es eben an Geflüchtete. Vielleicht machen wir aber auch ein Sportzimmer draus. So für Yoga oder so. Ja, aber dann bitte mit Tischtennisplatte. Oder eine Dunkelkammer. Zum Fotos entwickeln. Mhm. Oder wir machen eben das mit den Geflüchteten. Vielleicht aber auch eine Bibliothek. Zum Lernen. Ja. Oder so eine kleine Galerie. Für Kunstprojekte. Ich hab's. Wir machen einen Indoor-Garten draus. So der ganze Raum voller Pflanzen. Das ist schön. Ja. Oder. Ja. Okay. Hier. Okay. All pienst. Ich hab's.